Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Martsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Herr Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das bleibt mir im Raum, Kater, Jodl, Krebs und Pankow. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Wer schickt Sie? Dass Sie es wagen, Sie meinen Befehl zu widersetzen! Oh, meint ich das also, Decker? Dann bin ich derart mit Belogen! Jederart mit Belogen, so lange es ist! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen, nie das verrestliche Treue unserer Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbieten... Nichts als Feiglinge, Verreiter, Verzahler! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch das Geschmacks des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, Wurden zu lernen, wie man Messern klar behält! Jahrelang hat das mit die Firma der Aktionen nur behindert! Es hat mit denen nur ein Schiffpicken... Widerstand! Ich habe weggelegt! Es hat der Kult herangetan! Von Jahren alle hoeren Offiziere liquidieren zu lassen! Wie Stalin!